Dann würde ich sagen, mache ich mir schnell Tore. Ich hatte auch nichts zu futtern, aber was bist denn du? Passiv, okay. Das Lustige ist ja, dass Tygno mir sogar noch helfen musste beim Minigame. Ich war Erster, er war Zweiter, er hat mich dann aufgeholt, weil ich nicht weiterkam. Und da wir in einem Team sind, hat er mir halt geholfen. Also, wie gesagt, kann vorne und hinten nicht hinkommen. Aber naja. So, jetzt bauen wir mal schnell diese Tore. Ich brauche eigentlich nur eins. Der passt doch da nicht durch, oder? Der passt doch da nicht durch. Wir wollen hier Spaß haben. Ja, genau. Genau, deswegen. Thema abgehakt jetzt. Ist, wie es ist. Alle anderen haben jetzt noch restlichen zwei Wochen Spaß und fertig. Ist mir halt, äh, auch Lachs jetzt. So. Ich brauche noch Stroh. Und dann brauche ich mal einen Rahmen. Der Rex passt doch nicht durch den Rahmen, richtig? Das heißt, der müsste doch eigentlich dann dagegen rennen. Aber da müsste ich eigentlich auch irgendwas hinter ihn stellen, oder? Ich weiß nicht. Ich brauche zwei Tore. Komm, ruhig noch ein bisschen Stein. Gibt es hier irgendwo Stein? Stein, Stein, Stein. Von mir gibt es alles außer Stein. Was ist das denn? Aber 54er ist okay. Also, oh. Hast du jetzt noch hoch... Bist du jetzt noch hochlevelig? Dann, äh... 24. Kann man stecken lassen. Würde ich mal behaupten. So, wenn ich das jetzt hier hinsetze. Guck mal. Achso, ich brauche mal von Text noch grüne Farbe. Ich habe Raidschutz. Haben wir uns jetzt gesagt. Fuck, Alter. Der passt ja dann seitlich durch, wa? Ich brauche den ja da eigentlich nur einquetschen. Irgendwie. Ich quetsche den da ein. Ich renne dann hier durch. Dreh mich um. Und setze den Quark hinter ihm. Dann trifft er mich vielleicht einmal oder so, aber... Ist ja Rain wie Rooney. Komm, machen wir jetzt. YOLO! Aber ich habe kein Fleisch dabei. Verdammte Kacke. Ist der auch Hammel? Ist der gebraten ein Hammel, der Rex? Können ja auch den Pronto da hinten töten. Aber ich habe ja kein Tötungs-Dino dabei. Wo ist er jetzt hin, Alter? Schiri, wir wechseln. Da unten. Ist er das? Ah, 54 ist okay. Ich sage immer, alles über 50 ist okay. Das ist nämlich knapp über die Hälfte. Oh, jetzt lass dich aber nicht noch umbringen, Dude. Lass dich noch umbringen, oder was? Ich nehme mal 4-Tor-Rahmen. Ich will es jetzt halt mit 2 versuchen, weil ich dachte, dass... Ich habe geditcht. Guck. Also er kann ja auch eigentlich weiter da angreifen. So ist es nicht. Oh, ich habe den Pronto getroffen. Äh, den. Oh fuck, das wäre eigentlich Prime gewesen, oder? Bin ich eigentlich schnell genug für den Rex? Schreibe mich nicht so an. Nein, ich habe auch Gefühle. Oh, der ist aber doch ein bisschen schneller. Ich habe eigentlich auch einen Baum hängen können, obwohl der Schubst den Baum dann um war. Ich weiß nicht, ob ich den gerade nicht getroffen habe. So, ja, wie gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen wieder Bestand auffüllen, was Dinos angeht. Wir haben ja so gut wie gar nichts mehr. Ey, wieso konnte ich das nicht setzen? Diese Dings ist halt so dumm, wa? Na, warte mal. Warte, dieses... Oh, nö. Ich kann es wieder aufheben. Schnell. Guck mal, der greift mich nicht an. So ist eigentlich okay. Ey, was macht der denn? Der hebt ab. What the fuck? Warum? Also, irgendwie ist er los. Der hat sich das bei Freaky abgeguckt, Alter. Du kannst auch gerne da hängenbleiben. Das ist mir eigentlich überhaupt viel Sprung. Dann kann ich die wieder aufheben hier. Dann spare ich mir das. Junge, Junge. Rohrhammel wäre besser. Quätschen ein. Na, das war eigentlich mein Plan, aber... Na ja, nun freilich. Ah, siehst du, jetzt ist ja... So, jetzt ist ja... Na, dann machen wir die Folge... Und nicht, dass er jetzt mein Maywing anbeiß. Dann machen wir die Folge halt mal mit... Machen wir die Folge mal mit, äh... Mit Kamera, ist egal. Hallo, YouTube. Habe ich jetzt vergessen? Ich habe beim Statement halt die Kamera angemacht. Mensch, fall um jetzt. Was ist denn dein Problem eigentlich? Nicht der Raptor jetzt. Ey, wieso hat er die weggepackt? Hallo. Ah, da ist hingefallen, guck mal. Ist gestolpert, der Kleine ist gestolpert. Ist doch nicht süß. So, ich brauche auf jeden Fall eigentlich Prime. Was ist denn das Beste beim Rex? Prime oder was? Was hast du nur für einen Löffel? Hast du nur für einen Löffel, mein Kleiner? Ne. Ne, ne. Tschüss. Ach, jetzt... Jetzt kommste. Warte mal. Da spare ich mir die Schuss. Ich sag, boah. Boah, vor dem Maske, Batsch. Junge. Prime? Ist Prime am besten? Was kommen hier wieder für Typen? Ach, hier wieder mit dem... Willst du Fame werden? Dann kaufe dir jetzt Follower. Für nur 500 Euro gucken dir dann ganze Nullleute zu. Juhu. Also, das muss sich doch aber lohnen, oder? Irgendein Vollidiot muss das doch kaufen. Wenn ich so überlege. Weil sonst würden die doch irgendwann aufhören. Oder nicht? So, jetzt die Frage, ob ich so ein Pronto schaffe zu killen? Mit Mer-Merring? Wahrscheinlich eher nicht, wa? Obwohl, zeig mal, was haben die denn für einen Löffel? Ah, 24 ist dann auch schon wieder, bäh. Die haben immer so viel Leben, das ist blöd. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ja, weißt du was? Ganz ehrlich, da kann ich auch kurz nach Hause fliegen. Mit dem Ding hier ist das ja kein... Ist das ja kein... Ist das ja kein... Ihr wisst schon. Oh, warte mal. Entschuldigung. Können Sie mir mal Ihr Level verraten? Ist ja voll was los, Alter. Level 6. Und du da unten? 24. Hm. Oh, der ist schon nachgespawned hier, oder was? Geht schon wieder nachgespawned, der Raptor. Nördlich auf der Karte. Oh ja. Ah, der kriegt jetzt Prime und fertig. Bums. So, der ist ja instant fertig eigentlich, oder? Der frisst doch jetzt hundertmal. Ach nee, das war's schon. Zweimal hat er gefrisst. Aber von, von der Betäubung her sollte das eigentlich... Ja, das reicht locker. Da reicht locker. Okay. Ach so. Woher wissen die Leute jetzt, dass die den nicht töten dürfen? Kosten so ne... Weiße Flagge. Oh. Können auch einfach immer ne Flagge daneben stellen. So ist nicht. Was kostet der schon mal Spaß? Leder und Faser. Kann das vielleicht auch irgendwas farmen? Ich glaub nicht, Mann. Naja, ich geh jetzt einfach mal davon aus, wie viel sind denn online? Oh, Gabax ist auch da. Aber Gabax hat ja auch Raid-Schutz. Lass den jetzt mal da liegen. So, 75er. Kann man mal mitnehmen. Ist nur die Frage, wie ich den am besten hole. Ich könnte ja immer vorfliegen und schießen dann, wa? Man kann nicht darauf schießen. Ist der schneller als ich? Oder ich lock den hier irgendwo hoch, wo er... Wo er nicht an mich rankommt. Die liegen eigentlich relativ schnell, oder? Gucken, wie weit er bergsteigen kann. Jetzt hat er aufgehört. Wie es einfach nicht trifft. Hör auf jetzt. Ihr habt ja locker den Schwanz getroffen. Wie es nicht Ditch macht. Hör auf jetzt. Die Eiern aber auch rum. Bäm, 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 bäm. Den kriegen wir, Leute. 75 ist gut. Sehr gut. Hallo, ich bin hier. Wie es nicht Ditch macht. Da kommt wieder so ein Pimmel-Raptor. Gar kein Bock. Was ist denn jetzt? Da ist er. Hey, wo willst du hin, Digi? Hey! Er liegt. Ich muss nachladen. Was ist denn jetzt hier? Hyänen. Oh, shit. Die halten aber ein bisschen was aus, du. So, wo ist denn hier jetzt mein... Merwing. Oh, fuck. Ich hab das Fleisch im... Hab ich alles in den Rex gepackt? Das war jetzt nicht so schlau. Hm. Okay. Ich geh irgendwie wieder hin jetzt. Ah, los. Auf die hab ich jetzt richtig Bock. Auf die hat die Welt gewartet. Ich komm jetzt nicht hier rüber, Leute. Will mein Merwing wiederholen. Ich könnte halt ein Steg über den Haufen ballern, dann hätte ich Prime, aber... Aber dann bräuchte ich ein Low-Level, du. Dann bräuchte ich ein Low-Level, weil... Jetzt mal... Oh ja, Level 6. Die Frage ist, ob der andere dann kommt. Komm, ich lauf den mal kurz an. Oh, ne. Hä, warum kommt der nicht? Oder ist er das? Ich glaub, das ist er, oder? So, und jetzt hier ordentlich... Was denn jetzt? Warum? Alter, Finger weg. Das ist mein Prime. Wer glaubt, mein Prime? Und du, Stenker, auch. Noch was? Jetzt hör auf, ey. Alle sind hier am Stenkern. Obwohl ich Joghurt im Rucksack hab. So, jetzt mit der Spielzeit, richtig? Oder aus was? Mit was krieg ich Prime? Ich krieg kein Prime, Alter. Guck. Ich krieg kein Prime. War das... Das war, glaub ich, mit... 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 Müssen wir mal abbauen für Prime. Hallo? Wer bist du? Wo ist er hin? Level 3. Scheiß drauf hier. What the fuck? Warum denn? Oh, nö. Nicht auf mich. Ich hab doch Rüstung und so. Was geben die denn eigentlich? Normales. Mit der Axt. Der braucht jetzt, glaub ich, ein bisschen länger, ne? Mit normalem Fleisch. Könnte ich eigentlich mal schnell zum... Zum Rex flitzen. Gebt mal bitte her, yo. Ja, ist normales Fleisch. Scheiße ist, wenn ich den jetzt hinterher pfeife. Aber ich muss die anderen ja sowieso... Hä, wieso kommt der nicht? Oh, das bugt schon wieder. Ne, jetzt geht's. Ich lass das definitiv aktiviert. Mit dem, dass, äh... Der mir anzeigt, wo der ist. Weil wenn ich den hier verliere, irgendwo... Hier ist ja ne Explorer-Not. Oh, da ist noch ein Rex. Da guck, jetzt hängt er schon wieder irgendwo fest. Der könnt euch mal ein bisschen leveln, der Rex. Achtzig ist der jetzt nur? Okay. So, Leute. Juti steht an. Ich will jetzt aber erst mal die Kanus wegkriegen hier. Los, lad, Mann. Oh, der hält mehr aus. So, jetzt haben wir noch einen. Ein Kano. Der wird immer von dreien bewacht. Und dann holen wir uns den Juti. Ich glaub, Sabrina wollte sogar mitmachen. Hätte man nicht streamen müssen. Hallo, Abendfee. Grüße. Hammel ist besser, aber ich hab nur gebratenen. Der passt da gar nicht durch. Na gut, aber wenn er jetzt still hält... Fuck, er hält nicht still. Er hält nicht still. Aber da kann ich ja immer hier ringsherum laufen. Hehehe. Oh. Immer mit der Ruhe, Brauner. Oh, was? Der ist aber wendig, du. Oh, oh. Der hat mich voll verarscht. Der ist einfach woanders rumgelaufen. Oh, was? Der passt da... Ah, der passt da durch. Shit. Aua, 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 nooo. Nicht in die Ecke. Ich wusste, ich dachte, der bleibt da hängen. Der ist doch so groß. Okay, wir machen das anders. Plan C. Wie Chris. Warte mal, ich hab nämlich die Dings unten nicht ausgewählt. Die Türen. Scheiße. Man, Juti ist nice. Läu, wie es einfach nicht zählt. Außerdem, wenn Sabrina mitgemacht hätte und streamen würde, würden ja alle hören, dass es eigentlich ein Kerl ist. Spaß. Späßle. Nee, ich hab richtig Bock auf Projekte. Ich hab mich gestern schon umgeguckt, was ich nach dem hier mache. Also wirklich, ich hab richtig Bock drauf. Von mir aus auch arg. Ich hab wieder echt Bock gekriegt, so. Aber ich hab halt keinen Bock auf dieses Mimimi, Alter. Ich weiß schon, warum ich kein Projekt mehr organisiert hab. Weil immer irgendein Bums kommt. Immer Dramen. Ah, das ist ja dieser alte Insider mit Sabrina. Und sie weiß auch, wie ich das meine. Kann der jetzt mal umkippen, Alter? Wie viel braucht der bitte? Aber roter Hitmarker heißt doch, ich treff ihn. Nach dem machst du Blende zu. Ja, schon. Also wir hatten jetzt die Projektidee noch. Das war nämlich eigentlich ein Fehler oben mit den Herzen. Dass man Leuten Herzen klaut. Das war eigentlich auch ganz nice. Hat jeder 15 Herzen oder so? Und wenn du jemanden... Oh, der blutet schon ganz schön. Wenn du jemanden killst, dann klaust du ihm quasi das Herzen. Das ist auch ganz nice. Klar haben die Bros dann halt irgendwann, keine Ahnung, 20, 30 Herzen. Aber das ist auch schon so. Aber das war eine witzige Idee auf jeden Fall. Kannst du jetzt bitte mal umkippen, Alter? Ich warte doch schon extra 5000 Stunden. Kipp doch mal um. Kipp doch mal um. Sei doch nicht dumm. Los, kipp doch mal um. Och, hat nicht gezählt. Also jetzt ist doch aber auch mal... Geh doch. Was gebe ich dem jetzt? Gebratenes Hamelfleisch oder Brime? Was geht, Chat? Erzählt mal. Helft mal an, alten Mann. Ich habe dabei Brime. Hamelfleisch, aber nur gebraten. Und hier gegrilltes. Gegrilltes. Gegrillte Scheiße. Erzählt mal. Immer Brime. Naja, Hamel soll halt auch nicht verkehrt sein. Aber ich weiß halt nicht, mit dem Gebratenen ist halt schwierig. Niemals gegrillt. Ich denke bei dem... Ich denke bei dem Dingsbums, da musst du sogar gegrilltes nehmen. Habt ihr das nicht erzählt? Habt ihr mir doch erzählt? Nur bei Thüla. Ah. Die Frage ist, finde ich hier irgendwo jetzt ein Schaf? Sind die nicht in der Schneegegend? Die Frage ist, wie schnell warten wir auf, der Kumpel? Ah, geht. Das Gute ist, jetzt ist er noch abgelenkt. Jetzt muss ich nur noch treffen. Oh, shit. Aua, Alter, Digga. What the fuck? Instant die scheiß fucking Rüstung. Holy Macaroni. Jetzt hält er, hau da ab. Ne, er kämpft wieder. Digga, der lässt sich ja von allem ablenken. Ist ja crazy. Also gut für mich jetzt, wenn ich ihn noch treffen würde. Komm, jetzt licht ich schlafen hier. Jetzt kommt er wieder, oder was? Warum? Was ist mit ihm? Oh, mein eigener Eingeschläfer. Ja, komm, dann halt du. Halt du hin. Wo macht er den so schnell weg? What? What the... Oh, der hängt fest. Alter. Ich hätte ihn doch einbauen sollen, verdammte. Oh, jetzt gegen eine Schildkröte ist halt nicht so geil. Gib mir mein Fleisch wieder, Digi. Hä, hab ich das jetzt aufgehoben, oder nicht? Ganz komisch. So, wo ist der jetzt hin, da? Okay, er hat überlebt. Komm her, jetzt. Boah, komm doch nicht. Ja, doch. Die Frage ist, wie viel... Warum rennt der weg? Also... Hat das einen Grund? Ist das wegen der Betäubung? Wo ist er schon wieder hin? Jetzt rennt der schon wieder weg. Ich raff nicht so ganz sein Verhalten, ehrlich gesagt. Ist das eine Finte? Höh. Hör mal stehen jetzt, bevor wieder irgendwas kommt, was dich angreift. Jetzt. Und du, Kumpel? Wie wär's denn, wenn du mal dich hochheilst? So. Bestimmt eine Falle. Hätte ich auch bauen können. Hast du recht. Oh fuck, hier ist kalt. Hartes Pflaster. So, gebratenes Hammelfleisch, habt ihr gesagt. Damit ist er schnell fertig, habt ihr gesagt. Jetzt bin ich mal gespannt. Das stimmt, was ihr gesagt habt. Aber der wacht schnell wieder auf, wa? War das nicht so? Aber ich dachte, ich geh mal jetzt irgendwo hin, wo es wieder wärmer ist. Hier. Kann ich mich nämlich hochheilen. Endung. Ja. Vielen Dank.